Aua, Entschuldigung. Ajo, ich glaube ich schweiß hier mal die Tür zu. Ach scheiße, ich hab gar kein Schweißgerät dabei. Sind diese kleinen Kakerlaken da? Oh scheiße. Ah ne, die machen nix, soweit ich weiß. Ist doch nicht das Level, was ich letztens alleine durchgespielt hab. Ja. Wo der Schatten schon eingepennt ist. Soll. So, okay, ähm. Hier rechts müssen wir glaube ich längst, oder? Central Mall. Willst du einkaufen? Ja. Cool. Da freut sich der Papa. Aua. Yo, direkt mal mit Lammwerfer vor dem Gesicht rumfädeln. Ich brauch kein Feuer für meine Zigarette. Uaa. Ah joa, äh, da müssen wir auf jeden Fall die, ähm, 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 ja, ich hab bloß leider kein Schweißgerät dabei. Das heißt, wir müssen hier durchrotzen. Ähm, oder kann ich das Ding hacken? Ah, ich kann's auch hacken. Ähm. Was hack ich denn überhaupt? Äh, oben. Ich muss nochmal runter, da diese Rante. Achtung, äh, Schatten, das geht gleich auf hier, ne? Ja, schalt, schreit. Alles klar. Uah. Uah. Da liegen übrigens, äh, Twin Pistols rum, ne? Äh, ich brauche immer Munition. Danke. Ah. Boah. Voll mit Weltschuldig. Boah, fuck. Ey, yo, wo geht's denn hier überhaupt jetzt weiter? Hier, rechts. Wieder zurück. Oh, mein Gott. Ah, Jan, hast du mehrere Missionsile, Alter? Ja, Alter. Alter, musst du vorher schon, können wir raus rumlaufen. Hahaha. Oh, Monique kommt. Ja, das war von mir. Ich hab scheinst zu viel hingelegt. So, wo seid ihr denn jetzt? Ah, ha. Oh, wollen wir noch ohne Billard spielen? Ich hasse diese Viecher, Anna. Yo. Au. Wenn ich mal sagen, gehen wir hier in den Schacht rein, ne? Ja, ist aber auch so. So Jump-Viecher-Dinge. Nur so. Na, für was hab ich das Feuer jetzt hier gelöscht? Für viel Spaß, oder wie? Aua. Aua. Da ist schon die Drecks-Fiecher auf 12, ne? Oh, fuck. Hilfe, Hilfe! Kerstin! Medic! Ähm, wo seid ihr denn? Tollll! Aber in Zoom, ne? Fuck. Boah, die Viecher leben noch. Leute, wo rennt ihr denn hier überhaupt rum, aah? Der Schatten, der... Ja, die, die ich getötet haben, die sind jetzt noch sitzen auf mir. Oh. Ja, so seid ihr. Ja, und die Kiki, die steht da und hielt einfach nicht. Ja, tut mir leid. Und jetzt ist sie dran. Ich bin alle nach einer anderen Weg genug, Alter. Ich komme da nicht durch. Ei, Alter, ich... Ja, genau, so jetzt rechts und dann nach oben. Richtig. Ich muss die ready sein. Du musst die ganze Stirn, die brennen ewig an. Echt? So. Ich will die Munition nehmen, mal du Penis. So, der ist angelangt. Hier, hoch, da. Genau, gehst du weiter. Jetzt links, links. Ja, war ich doch schon gewesen. Warum läuft sie denn nach unten? Weiter, weiter, weiter. Rechts durchs Fenster. Das Feuer habe ich hier gelöscht, wo ich gerade stehe. Und weiter nach unten? Ach, nee, oder nach links. Ja, nee, ähm... Unten längs. Mach mal schneller. Weil die Ecke ist normal, ist geschmiss, ey. Hier jetzt, oder wie? Na ja, okay, ist... Und jetzt weiter nach oben. Glaub ich. Schnell. Mach schnell. Kauf mir einen Boost, dann mach ich schnell. Jump for your life, bitch. Und nu? Warten, bis der Fahrstuhl da ist. Jo, alles klar. Na, rech doch mal, du Rotz. Hier, ey. Reload und verkackt. Boah. Adéria, kuck mal dir eins. Das war episch Raketen. Hast du Lust da? Sauber. Der läuft doch gut. So geht es. Level ab. Okay. So, ready. Genes. Cop. Force ready. So, vorletzte Map, oder wie jetzt, ja? Ja. Da haben wir eigentlich angefangen. Pünktlich waren wir pünktlich. Ich glaube, es ist pünktlich, oder? Ja. Ja, irgendwie so. Okay. Da will ich irgendwas, was ich kaufen, was ich mitnehmen kann, außer ne Pumpe, oder so. jetzt, also schon die Rotzwaffen. Ja. dr alles wartet auf die dritten die sie starten müschen muss mit dem lieben Naja, sieht irgendwie dreckig aus, fängt's mir das hin, wenn's alles verpasst, dass... Ja! Ach, ich seh das jetzt alles, mein Gott, außerdem ist das Spiel nicht so der Burner, als man das unbedingt verpassen müsste sollte. Oh, iiii, verreckt. Ach, verkackt. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ähhhhhhh. Äh... Da ist ein Ärmer rum. Die Kunde ist halt rumgegumert. Ich versteh eigentlich die Story des Spiels nicht. Ich auch nicht. Wenn du überhaupt ne Story hatt... Ja mit Sicherheit. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich weiß nicht. Kommt von den Dingern ausweichen. Er ist auf dem böses große Schlachtfeld. Was ist denn hier los? Ammo! Ajoa! 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 das ist schon wieder slow motion er hat so gut Fakt übelst ab die Heizweg und mein Gott was sind das in der Blatt bestehen mal nicht muss Rutschmaß das tun nein es kann nur ein Medikor mehr wegnehmen Deswegen braucht man auch die Medics. Was ist das? Bomben? In der Mahlzeit, ey. Jetzt habe ich auch schon wieder so einen Scheiß. Die Assi, woher kommen die? Die sieht man gar nicht. Die kommen aus den Iren. Ey, das ist so Fall Alien vs. Predator mäßig. Ja, das ist irgendwie geklaut. Warte mal, ich muss mal kurz Ammo legen. Hier liegt noch ein bisschen Ammo rum. Müssen wir hier runterlaufen? Jo. Ja. Oh, ne, klar, im schmalen Gang, ne? Oh, mein Gott! Scheiße, ich komme nicht vorbei. So, jetzt. Was ist denn da unten für ein Fieber? Oh mein Gott. Ja, noch so ein Kackding, ey. Kack. Entschuldigung. Ne, Moment, haben wir schon alle Missionsziele erfüllt? Scheiße. Ja. Ne, denn? Mission complete. Jetzt weiß ich, warum die das kostenlos anbieten. Ne, ja, spiel das mal auf normal. Das ist dann schon wieder eine ganz andere Geschichte, ne? Ich habe eine IAF-Medical-Gun freigeschaltet. Toll, oder? Super. Oh, als nächstes kriege ich schon eine neue Heavy-Gun. Kiki, ready, steady, the last one. Der Atombombenritt. Ah, ja, genau. Das haben wir nie geschafft, glaube ich, ne? Doch. Doch? Ja. Ja, wir dürfen jetzt hier nicht verkacken, ey. Wir dürfen jetzt keine Fails liefern. Na, es hängt aber beim letzten Balken hier. Na, jetzt geht's. Aber ich jetzt mal, ey, falls ich gucke immer wieder. Was ist jetzt mal? Oh. Ach so. Ah, ne? Ne. Ich lasse es so. Okay, seid ihr so weit, Leute? Nein, warte, warte, warte. Okay. Lobby Leader Adera. Ad3 RA. Ad3 RA. Nein, das heißt Adera. Oder wie der DJ immer sagt, Adera. Oder Adi. Oder Adi. Adi, was geht? Ich bin der Adi und du bist der D. Ah, kleine... Ist man dann hier schon wieder für ein Loch gelandet, ey? Das ist so, als ob die Zombie-Modus war, so die Überlebenden müssen irgendwie rauskommen, weil sie sind voll lame. Halt nur mit so hässlichen Aliens. Aliens? Ah, Öl. Öl jetzt. Nein, ey, das ist nur so kleine, ey. Ah, hinter mir. So eine dicke Bombe mit Smiley. Sau lustig. Mit Smiley mit der Bombe. Ey. Oh, ich bin der Full.